So Leute, Sigit, Tag X von Y, keine Ahnung, weil bei welchem Tag ich jetzt dieses Video zu Ende drehen werde. Spoiler der allwissenden Editing-Felly. Ich habe das Video bis zum letzten Abend rausgezögert. Wir fangen jetzt einfach mal an und zwar haben wir eine Challenge heute überlegt, die Tausch-Challenge. Ihr kennt das Ganze, wir machen das so handzumglückmäßig, jeder fängt mit dem Gegenstand an und dann schauen wir einfach, was rauskommt, nach einer Stunde immer weiter tauschen. Jeder von uns hat natürlich einen anderen Gegenstand, damit das Ganze ein bisschen spannend bleibt. Und was wir uns jeweils ausgesucht haben, das zeigen wir euch jetzt. Am Start sind heute mit mir der Demi, die Becky und die liebe Laura. Jetzt dürft ihr mal alle kurz sagen, was ihr euch ausgesucht habt, daraufhin mal. Ich habe einen Schlafsack für den guten Schlaf. Voll das gute Ding einfach. Echt keine fairen Startbedingungen, ey. Und ich als Suppen-Fan habe mir gedacht, okay, Suppen will ich eintragen. Yes! So, und während alle jetzt hier entweder irgendwie super was Teures dabei haben oder was Selbstgemachtes oder was zu essen, bin ich so, hallo, ihr habt Oropax, die haben bestimmt 10 Cent Waren wert und, ähm, ja, braucht es jemand vielleicht zum Schlafen? Das ist sehr laut hier, habe ich gehört. Und Schlafen ist wichtig, Leute. Ja, das ist unsere Gegenstände. Jeder hat eine Stunde Zeit. Äh, let's go. So, Leute, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt genau die richtige Uhrzeit ist, um diese Challenge zu starten oder ob es viel zu fucking spät ist. Wir haben den letzten Tag des Liggetts. Es ist, äh, ich werde es hier irgendwann werden. Dimi kann leider nicht mitmachen, der ist krank geworden. He went too hard this week. Also am besten suche ich jetzt nach einer Gruppe von Menschen, die campen. Ähm, Zeit und keine Oropax. Sorry? I just said, here is my girls. Oh, hello. Huh? Huh? I just try to make, äh, some friendship. Oh, oh, oh. Do you maybe need, like, earplugs? I need weed. Okay. I don't like synthetic things. That's for me just like Facebook. Sorry, it's okay. It's just filming me. Oh, the girl, it's just for me. Please fuck me. It's just me and it's not for Pornhub. It's, it's, it's just for me. I understand it, but. Sorry now. I am a smart guy and I don't like this thing, this kind of thing. Okay, have a nice evening. Hat er gerade gedacht, wir wollen mit ihm Pornhub drehen? Oder wie schaut es aus? Okay. Oh, da sind Menschen. Okay, okay. Oh my God, anxiety. We can do this. Should ich schaum schon so? Hey, guys. Hey. I've got a question for you. Does somebody by chance need any earplugs? Do you speak English? Yeah. Absolutely. We're trying to do like a challenge. Speak slowly, please. Speak slow. So, we have a time to try. Thank you so much. Okay. So, we're doing like a challenge where we try. We're trying to do a challenge, but I'll try. Where we try to exchange things to better things. We want to start with something small like earplugs and just see if anybody needs it and can change it to something maybe better. You give us earplugs and we give you something better. Yeah, just something you don't need. We have like a pillow. A pillow. Yeah, that's good. Yeah. Yeah. That sounds awesome. Are you sure? So, you found it? So, who wants the perfect fresh earplugs? Me. So, the first thing we got is this cool kiss from this nice French camp. Where are you guys from? France! Marie! 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 I'm so impressed. Okay. I'm so impressed. Immer dieser Adrenalin-Moment vorher. Hey guys, I'm sorry. Does anyone of you by the chance need a pillow? Yeah. Do you want to try it? Yeah. One night. Oh, no, no, no. Not for one night. No, no, no. It's the last night. Do you have anything in exchange maybe? A hug. Oh, well. But I can't like give this burger. Oh, no, no, no. Ergut, Satz mit X, das war wohl nix? Will you be able to give myself this? I'll give you a hug and this is free. That's my worst. Will you be able to hug? Bye. Bye bye. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Einer von euch braucht ein Pillow? Ein Pillow? Nein. Okay, weil wir versuchen, ein Spiel zu verabschieden. Wir können verabschieden. Was brauchen wir? Nur etwas anderes, das wir weiterverabschieden können. Slap Safarandi. Ja, wir haben eine... Stepping Bag. Ja! Ja! Es ist noch größer als ein Pillow. Ja! Meine Freundin hat es. Es ist neu. Das ist wirklich unglaublich. Wollen wir die Bag mit dem? Ja, ich denke, es wird weniger schade sein. Warum machst du das? Es ist für einen YouTube-Kanal. Oh, wirklich? Ja! Oh, ich wusste es gar nicht. Hi! Hi! Your hair! Secret cam! Ich habe eine... Wir gehen mit dem Bus, auch. Wie viele Stunden ist es? 15 Stunden. Oh! Danke! Vielen Dank! Gegenstand zwei. Kissen gegen Schlafsack. Where are you guys from? Lille! Thank you so much! Bye! Oh mein Gott, wie gut das funktioniert! Wie schnell wir bitte... Also... Oropax, Kissen, Schlafsack, was kommt als nächstes? Ein Zelt? Das ist echt gut. Gib mir noch eine halbe Stunde, dann habe ich ein Auto. Dann fahren wir morgen mit dem Auto nach Hause. That's the spirit. Hey guys! I've got one question. Does someone need a sleeping bag and wants to exchange it against something? Wisst ihr nicht, wie dumm man sich fühlt, wenn man beim Schneiden immer und immer wieder seine Englischfehler anhören muss? Es heißt natürlich change into something oder in exchange for something. Drag me! Doesn't matter what. We're trying to do like this challenge. A what? A tent. Is it rolled up? Okay guys, have a nice evening. Hey guys! Does someone of you need a sleeping bag and wants to exchange it against something else? A bucket? I'm not sure. I'm not sure. I think a bucket isn't better than a sleeping bag. It doesn't even have to be something like of value. It could also be like, I don't know, a shirt you don't want to wear anymore. Something funny. I don't know. Surprise me. Oh, a towel. Hm. Hm. Ja, aber meinst du, jemand würde ein dreckiges Handtuch haben wollen? Aber das ist auch ein dreckiger Schlaffster. Yeah. Not sure. Not sure. Not sure. Oh! No! I will take the bubbles. A what? Oh! A what? Oh! Eine Wasserpstole. Okay, that's like really cool. Thank you! Look what we got! Also, dritter Gegenstand, Wasserpistole gegen Schlaffsack. Where are you guys from? In England. Thanks a lot. Also, jetzt hast du halt eine nagelneue Wasserpistole. Ich habe eine nagelneue Wasserpistole. Und, also gut, heute Abend werden wir sie nicht mehr verwenden können. Es wird eh regnen. Ja, aber die ist cool. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht kriege ich was noch drin. Es blittert, es blitzt. Oh mein Gott, Schruppi, I'm so skilled. Oh mein Gott. Hey, Leute. Ehm, da ist jemand von euch, der diesen Supersoaker will, und möchte ihn gegen etwas anderes. Soap! Soap! Hm, I don't know if this is better than a Supersoaker at the last day. And does the cat mask? Yeah, I think the cat mask is cool. Yeah. Okay, wir haben noch was gefunden. Und ich glaube, das wird jetzt mein letzter Gegenstand sein. Weil, ich möchte keinen dreckigen Schlaffsack zum Beispiel wieder nach Hause nehmen. Und zwar? Ja, und zwar gibt es jetzt seit diesem Supersoaker eine Katzenmaske. What? Thank you! Thank you so much! Where are you guys from? Canada! Canada! Wow! That's very far! Yeah! I like it! Awesome! Thank you so much! Have a nice evening! Yeah! Also, ich würde sagen, diese Toast Challenge gilt als beendet, als erfolgreich beendet. Man muss natürlich sagen, diese Katzenmaske aus Plastik weiß wahrscheinlich nicht unbedingt mehr Wert als der Schlaffsack, hat aber, würde ich sagen, mehr emotionalen Wert. Weil, ganz ehrlich, so einen dreckigen Schlaffsack hätte ich jetzt auch nicht mit nach Hause nehmen wollen. Ich habe genügend Schlaffsäcke. Aber diese Maske kann ich mit nach Hause nehmen. 41 Minuten waren wir jetzt unterwegs. Und in 41 Minuten haben wir 1, 2, 3, 4 Täusche gemacht. Also, alle 10 Minuten im Schnitt ein Tausch. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ergebnis. Damit können wir nach Hause gehen. Jetzt bin ich noch gespannt, was die anderen so erreicht haben. Checkt hier auf jeden Fall das Video von den anderen aus bei ihrer Tausch Challenge. Und hier gehst du noch zu einem anderen Festival-Video von mir. Ciao!